Hallo zusammen, guten Morgen. Heute ist der zweite Tag unseres Roadtrips und wir sind hier gerade am Frühstücken und Isa macht gerade Eier und haben eigentlich gut in unserem Zelt geschlafen und haben super warme Sleeping Bags, das ist richtig gut. Und dann geht es heute weiter zu Lake Te Capo und Lake Pukaki und vielleicht was anderes, mal schauen. Und das ist übrigens Isa und die begleitet mich zwei Wochen in der Südinsel und dann liefere ich die in Queenstown ab und dann geht es weiter. Ja und das im Hintergrund ist das Auto und unser Zelt und dann sehen wir uns später wieder. Bis dann! Musik Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious Living the dream, yours and mine, euphoria Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious Living the dream, yours and mine, euphoria Living the dream, yours and mine, euphoria Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious Living the dream, yours and mine, euphoria Music Zurück, wir sind jetzt bei unserem Campingplatz angekommen für heute und genießen so ein bisschen die Aussicht an unserem Free Campingplatz im Hintergrund der Mount Cook Euphoria 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 Euphoria